In einem Einsatzhafen unserer Jäger am Kanal. Major Oesau kehrt vom Feindflug zurück. Seine Maschine wackelt. Die Jagd war erfolgreich. Major Oesau hat seinen hundertsten Luftsieg errungen. So schmierte der Tommy ab und so trudelte er dann in den Bach. Die Maschinen werden zu neuem Feindflug klargemacht. Die Signalpistole. Zum Feiern ist keine Zeit. Wieder startet Major Oesau mit seinen Männern zum Flug gegen den Feind. Drei Spittfeier. Der erste ist schwer angeschlagen. Auch der zweite ist erledigt. Der dritte ist fällig. Der Pilot ist mit dem Fallschirm ausgestiegen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020